Bist du ganz allein? Weißt du noch? Bei unserer ersten Begegnung fandest du mich unhöflich. Er hat mich angestarrt. Ich war verzaubert von deiner Schönheit. Es wird immer nur dich für mich geben. Ich bin gekommen, so schnell ich konnte. Es hat einen Unfall gegeben. Alexeys Sohn wurde von einem Zug erfasst. Einem Zug? Er behauptet, sein Sohn sei ermordet worden. Ihnen ist sicher klar, Mord ist eine ausschließlich kapitalistische Krankheit. Lass es gut sein. Es gibt keinen Mord in diesem Land. Es gibt keinen Mord. Hast du verstanden? Irgendwer hat meinen Sohn abgeschlachtet und du unternimmst gar nichts. Der Mörder läuft immer noch frei herum. Ich muss ihn finden. Ich komme mit dir. Ich dachte, das wird sie interessieren. Es gab noch einen. Ich brauche ihre Hilfe. Warum sind die Kinder so wichtig? Diese Bestie wird nicht aufhören zu morgen. Wie wollt ihr ihn vor Gericht bringen? Zu zweit? Irgendwer muss es ja tun. Jederzeit könnte noch ein Kind sterben. Ich will den Mörder stoppen. Alles Kinder zwischen neun und vierzehn Jahren. Dreiundvierzig insgesamt. Vierundvierzig. Der Sohn meines Freundes ist auch ermordet worden. Ich bin jetzt aufhören. Bist du in der Sicherheit? Vielen Dank.